Der steht jetzt hier bei Klassikern. Ja, könnte ich auch anders einsortieren. Mal schauen. Burt Reynolds, Sally Field, Jackie Gleason als Sheriff Beauforty Justice. Also das hier ist noch die englische Version wie bei einigen bei mir. Die gab es damals noch nicht in Deutsch, das ausgekochte Schlitzohr. Mein Sohn findet die Qualität sehr gut von dieser DVD. Deutscher Ton natürlich, ist obligatorisch. Aber ich habe mir natürlich nochmal die Blu-ray gekauft. Ich hatte es schon vorgestellt, weil das ist für mich ein Muss. Der Film hat mich durch meine Kindheit begleitet. Die Witze sind grandios und man kann ihn immer wieder anschauen. Er ist zeitlos. Der zweite Teil fällt leider ziemlich ab. Hätten Sie mehr draus machen können.